Hallo ihr Lieben, heute sind alle meine Hunde mit dabei. Mia, Himmelblau, Juli und der kleine Frechdachs Mumu. Wir wollen Gasse gehen. Die Freude ist groß, wenn es losgeht. Aber das kennt ihr ja sicher von euren Hunden. Um die Meute etwas zu beruhigen, lasse ich sie in der Diele zunächst noch mal bleiben. Wenn Ruhe ist, leine ich sie nacheinander an. Wir gehen zusammen aus dem Haus. Gedrängelt wird nicht. Und draußen vor der Tür gibt es noch mal ein Blei. Schließlich muss ich ja die Haustüre noch zuziehen. Wenn alle dann etwas runtergefahren sind, können wir in Ruhe losgehen. Jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang. Ich bemerke, dass ich den Schlüssel vergessen habe. Wir bleiben stehen. Ich lege die Leinen auf den Boden und sage den Hunden mit einem Hand und dem Lautzeichen Bleib, dass sie bleiben sollen. Es gibt kein Sitz, kein Platz, nur das Bleib. Und heute schafft das sogar die kleine Momo. Immer so.